Was passiert, wenn du deinen Nintendo Switch mit einem Kilogramm Uran powern würdest? Lass mich dir sagen, du kannst sehr lange Mario Kart spielen. Genauer gesagt, 2.063.636 Jahre. Das ist so, als würde der erste Urmensch der Welt das Startsignal auf der Regenbogenstrecke bekommen und du würdest heute ein letztes Mal runterfallen, bevor sich deine Switch abdreht. Kein Problem, einen weiteren Kilo Uran in deine Switch rein und einfach weiterzocken, oder?